Musik Jo was geht meine Minecraft Freunde und auch Sativalisten Willkommen zurück zu Minecraft Season 1 Ihr seht schon oben rechts mein hässliches Gesicht ist nicht zu sehen Hat auch einen Grund und zwar Es ist so unfassbar heiß Es ist so warm und ich wohne im obersten Stockwerk des hauses und ich sitze gerade nur in Unterwäsche da und ich dachte ne ne für youtube ist das jetzt nicht bestimmt deswegen dachte ich okay heute mal ohne facecam und ja ich wollte hier eigentlich noch ein paar fensterlies rein basteln Glas haben wir ja keins mehr aber wir haben hier noch haben noch Steine Ach wir haben keine Steine mehr und kein Holz mehr Wartet mal Wir verbrennen jetzt einfach mal unser Dings hier und äh also unsere Zäune Machen hier noch schnell Sand rein So Und machen hier einfach mal ein paar Fensterlies Fensterlies ne Gucken dass wir einfach hier noch ein bisschen Holz haben So Oh guck mal da hinten ist ein Creeper Alles klar Dann machen wir hier noch ein bisschen Fenster rein Ja dürfte so passen Wie lange ich hier in dem Haus rum basteln ne Das ist ja das ist ja das geht so nicht Eine Holzachst reicht vorerst mal Machen wir hier noch Zack und zack Hier machen wir ein großes Fenster rein Zack Hier machen wir zwei kleine Gucklöcher Ein paar Gucklöcher Ja das dürfte so reichen an Fenstern Ja Würde ich mal sagen Ich hoffe die Zäune reichen aus Zack 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 Leider hätte ich auch Glasscheiben machen können Aber das würde in dem Sinn Ein bisschen scheiße aussehen Deswegen nehme ich hier Glas Blöcke Und dann gehen wir mal nochmal in die Höhle rein Unten Und Suche ein paar Erze Wie zum Beispiel Eisen oder Kohle Ey Wartet mal Wartet mal Spiderpick Du kommst jetzt rein Ey du bleibst drin Du bleibst drin Du bleibst drin Du bleibst drin Bleib drin Bleib drin Habe ich Ja jetzt wollte ich eigentlich ein Hausschwein Haben So ein Spiderpick Aber irgendwie Sei uns das nicht gegönnt So jetzt brauchen wir noch zwei Glas Ich hoffe das reicht Bitte Ja easy So Nein Oh ne Aber jetzt Zack Rein da Wir haben ehrlich kein Eisen mehr Kein Steine Mit Steinen kann man kein Dings machen Keine Spitzhacke Dann machen wir uns halt jetzt erstmal schnell Ne Holzhacke Pst Pst Jetzt Tun hier die Steine hin Machen die kaputt So Weil jetzt haben wir keine Sticks mehr Jetzt können wir uns nämlich eine Steinspitzhacke machen So dass wir Die Erde wegtun können Alles Knochen tun wir auch weg Ach scheiße ist voll Für ne Truhe haben wir nicht genügend Holz oder Erde Erde Nein Für ne Truhe haben wir nicht genügend Holz Tun wir schnell was Phrasen Alles klar Reicht Und ab in die Höhle Würde ich mal sagen Ähm Wir könnten uns ja jetzt langsam mal hier runter bauen Oh Gott Oh Oh Gott Seidank war hier Wasser Ja gut Mit dem runter bauen hat sich jetzt natürlich Och Och nö Gut mit den Steinen können wir uns dann nachher wieder hochbauen Ist ja kein Thema Der Creeper soll bloß wegbleiben Ich habe hier nämlich Eisen gesehen Irgendwo ist Eisen Es ist einfach zu finster hier Wartet mal Kann man das hier irgendwie einzäunen? Zäunen Ja Guck mal Eisen Ach so Hier war ja irgendwo nochmal Eisen Hier Und hier Und da oben ist nochmal Eisen Du bleibst weg Du bleibst ganz schön weg So Guck mal wie viel Eisen da oben ist Wartet mal Ich baue mich da jetzt mal schnell hoch Oder Hier unten haben wir noch Kohle Wartet mal Was willst du denn hier? So Die Kohle nehmen wir auch mit Dass wir oben auch wieder schön brennen können Und uns natürlich eine Fackel machen können So Schnappen wir uns mal schnell das Eisen da oben Warte hier so viel So viel Ich glaube das Eisen Die Steine reichen noch nicht Wir müssen noch mehr holen Dass wir wieder ganz nach Oh Oh Guckt mal einer an Eisen Können wir uns vielleicht gleich eine ganze Eisenrüstung machen Das wäre natürlich wieder super klasse Zum Glück war hier unten Wasser Als wir hier runter gestoßen wurden Ich denke mal 50 Steinblöcke dürften reichen Warte mal wo war das Eisen Hier Dann können wir uns hier hoch bauen Komm Zack 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 Haben wir hier irgendwas Wichtiges Hoch Da versuche ich mich gerade ein Skelett wegzusnipen Hier Oh Gott ist hier viel Eisen Sehr geil Okay Eisen haben wir Ach guck da haben wir wieder Eisen vergessen Wir werden hier auf jeden Fall nochmal runter gehen Und die Höhle besser erforschen Sobald ich mehr Sobald ich mehr Sobald ich besser equipped bin Ach guck mal an Noch mehr Eisen Zack Zack Nehmen wir auf jeden Fall mit Alles mitnehmen was geht Und dieses Eisen So Und dieses Eisen Hier ist echt so viel Eisen Unglaublich Und weiter Okay Müssen wir hier hoch Oh Gott Skelett Ich versuche jetzt hier hoch zu kommen So Da hinten ist der Ausgang Wir sind draußen mit enorm viel Eisen Oh Gott Creeper Du beruhigst dich So Den haben wir besiegt Perfekt Auf in die Hütte Jetzt haben wir natürlich keine Stickies mehr Ne Haben wir hier noch Stickies Ein Sticky haben wir Hä Warum haben wir bloß so wenig Kohle Wir haben doch viel mehr Kohle eingesammelt Ach nö Tu mal die Kohle rein Mal gucken ob drei Kohle reichen Für 29 Eisen So Tu mal hier noch schnell das Haus bisschen ausleuchten Machen wir hier eine Fackel hin Hier eine Fackel hin Hier eine Da können wir leider nur auf den Boden hinstellen Da muss ich Da habe ich Da oben ist ein Loch Da oben ist ein Loch Aber ist kein Thema Das Loch machen wir nämlich noch zu Und dieses hier machen wir auch noch irgendwie zu Das können wir ja schnell machen Wir haben ja noch Stein Slaps Stein Slaps Ich meine Stein Slaps So Zack Ist zu Und ist zu Perfekt Hier unten ist einigermaßen gut ausgeleuchtet Das ist auch sehr schön Das Eisen brennt Jetzt brauchen wir Holz Komm wir gehen schnell noch Holz sammeln Ich habe keine Ahnung wo meine ganze Kohle hin ist Aber es wird schon seine Richtigkeit haben Dass sich Kohle irgendwie in Luft auflöst Oder keine Ahnung Ist vielleicht so Magic Kohle Also so Zauberkohle Nur auserwählte Spieler Dürfen die Kohle sammeln So Jetzt haben wir halt einen schwebenden Baum Aber jetzt haben wir Schnell weg Weg hier So Weil aus Diesen Dingern Wollte ich nämlich Waffen herstellen Und zwar wäre es gut Wenn wir eine Eisenspitzhacke haben Und ein Eisenschwert Ja Rüstung Eisenhelm Jetzt brauchen wir nur noch eine Eisenbrustplatte Und wir sind komplett vereist Also vereistet Eisend Also sind wir komplett mit Eisen bedeckt Das wollte ich sagen Guck mal Hallo 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 Mr. Skelett Tschüss So Das dürfte jetzt für die Eisen Chestplate reichen Eisenbrustplatte Perfekt Eisenhose Eisenbrustplatte Eisenhelm Sehr geil Sind wir jetzt komplett gesaved Also Diamant wäre natürlich besser Ne Ganz klar Aber ich würde sagen Wir gehen jetzt ins Bett Erstmal Oh Gott Wir gehen jetzt ins Bett Und dann würde ich sagen Wir sehen uns ganz einfach Beim nächsten Mal wieder Ich hoffe euch hat es gefallen Wenn ja dann wisst ihr Bescheid Also macht es gut Haut rein und Ciao ciao